Für mich ist das Besondere, was mich daran freut, endlich mal an einem Ort zu sein, wo nicht gesagt wird, ach, die Digitalisierung, die macht uns große Sorgen, sondern wo Menschen sich treffen und sagen, Digitalisierung, was für eine tolle Sache. Wir wollen, dass hier Wachstum, Dynamik ist, dass hier ein Ort der Zukunft ist. Wir wollen, dass hier ein Ort der Zukunft ist.